Hallihallo liebe Leute und herzlich Willkommen zu Minikraft Leben. Ist mein Mikrofon an? Stimmt alles? Ja, ist es. Heute werden wir mal wieder... Was ist das? Ich habe mich vor einer Weile hier hingestellt und habe auf Tag gewartet. War das davor auch schon da? Ne, da baut sich gerade jemand... Okay, okay. Nur für die Aufnahme wollte ich warten bis es Tag wird. Da habe ich zwei Tage oder so verpasst. Und jetzt baut sich da irgendjemand hoch. Weg. Naja, wir sehen den Spieler nicht weil er zu weit entfernt ist. Wir schauen uns heute die Stadt ein bisschen an, was sich so alles verändert hat. Ich meine, nur seit ich mir das letzte Mal die Stadt angeschaut habe, ist einiges, glaube ich, passiert. Und deswegen können wir das mal wieder tun. Wir rennen durch die Stadt, machen ansonsten nicht groß was. Vielleicht kann ich doch noch mal ein paar Fragen währenddessen beantworten. Während ich durch die Stadt renne und schaue, was sich verändert hat. Wir waren gerade am Hafen, da kennt man alles, da habe ich nicht so... Doch, doch am Hafen war was Neues. Ich dussel, ich bin einfach weggerannt. Da ist ein Haus! Das hat man davor, glaube ich, noch nie gesehen, also bei mir zumindest nicht gesehen. Und das ist auch erst seit ein paar Tagen da. Keine Ahnung, was für ein Haus es ist, aber... Ja, vielleicht ist es irgendwie wie ein klassischer Kontor, sieht es aber nicht aus. Es ist ein Haus am Hafen. Mit weißen Wänden. Das ist, glaube ich, am Hafen nicht so gut. Weil der Luft hier, die mal ein paar Sachen... Bisschen Dreck dahin weht. Okay, haben wir überlebt. Kein Problem. Keine Lust zu fahren. Hier finden sie alles. Vermiete, Shop-Räume, Bewerbung in den Briefkasten. Hafenkontor, Shop-Lager. Also doch ein Hafenkontor mit einem Shop-System. Also so ein mittelalterlicher Supermarkt. Das könnte ganz cool werden. Allerdings, obwohl doch sind gerade recht viele Leute online, muss man sagen. In letzter Zeit sind einige nicht mehr so aktiv. Wir warten alle auf die neue Welt. Zumindest unser Ursaft und ich. In der Hoffnung, dass sie irgendwann kommt. Wir wissen selbst nicht genau, wann sie kommt. Ob sie überhaupt kommt. Wird sie kommen? Ich weiß es nicht. Räume erstmal hier ein bisschen den Konto auf. Reinigen ihn von Monstern. Ach, jetzt ist es hier wieder schön ordentlich. So gefällt uns das. Und da oben scheint die Sonne rein. Okay. Ich habe es auch mal geschafft, eine Treppe hochzugehen. Das ist schon schwer. Aber es ist eigentlich ganz cool. Ich weiß halt nicht, wie sehr es umgesetzt wird. Vor allem, wenn neue Welten kommen, dann verteilen sich die Spieler ein bisschen. Naja, ich denke mal, am Anfang werden alle auf jeden Fall in der neuen Welt sein. Ach ja. Ach ja. Ja, aber an sich ist so ein zentraler Supermarkt, wo mehrere ihre Shops drin haben können. Cool. Und was ist das? Eingang zur Untergrund Shop-Zone. Geschlossen. Oh, da kann man... Ach, die untere Hälfte ist unprotected, aber die obere ist protected. Ein... Ein Fehler. Ein Fehler. Was haben wir hier? Dann so ein Ur-Markt. Ein Untergrundmarkt. Naja, aber das sieht alles noch sehr unfertig aus. Gehen wir hier mal wieder raus. Hier dürfen wir ja gar nicht drin sein. Oh Gott. Wir haben... Wir haben gegen das Schild verstoßen. Gegen das geschlossene Schild. Wir haben es missachtet. Und dann einfach weitergegangen. Der Brunni hier hat sich nichts verändert. Kann man sich immer noch hinsetzen. Die Häuser da hinten haben sich glaube ich auch nicht verändert. Deswegen will ich da auch nicht hinschauen. Da oben haben wir Cookies Haus. Da links haben wir das von Simon. Alles beim Gleichen. Die Twin Tower... Oh! Die Twin Tower haben sich verändert. Das ist jetzt grün. Und ich glaube, der Turm von Takeishi sah da schon immer so aus. Die Fenster sind glaube ich anders. Und Takeishi hat auch hier an der Seite weitergebaut. Und das Haus da hinten ist mir auch neu. Hallo Haus. Wem gehörst du? Warte, wir können ja hacken. Äh nein, wir... Wir machen das wie im Mittelalter. Wir machen... SlashCinfo... Ah, das ist von... Ach so! Oh. Ja gut. Der Wald ist weg. Ich habe mich schon gefragt, woher plötzlich so ein großes Haus mitten in der Stadt kommen kann. Aber das ist natürlich logisch. Dass wenn der Wald weg ist, da wieder Platz ist, dann baut Nilo das dritte Mal sein Haus um. Erst sein Berg. Dann sein Wald. Und jetzt wird ein Haus draus. Naja. Jetzt ist es endlich mal ein Haus. Aber... Was es eigentlich von Anfang an hätte sein sollen. Ich finde es mit F1 schöner rumzulaufen. Hier fehlt... Gravel. Das ist aber nicht gut. Hat jemand einfach den Gravel mitgenommen? Oder war da nie Gravel? Naja. Äh... Selbstgesprächshaus hat sich verändert. Das ist das jetzt. Ist größer geworden. Doch, kann man sagen. Und gefällt mir auch besser das davor. Hatte eine recht ungewöhnliche Form, muss man sagen. Die da nicht so gut reingepasst hat. Aber das ist gut. Oh. Die muss ich irgendwann noch weiter bauen. Immer noch. Sowas aber auch. Aber ich habe das Gefühl auf dem Marktplatz passiert auch nie was. Und hier. Ich habe schon gesehen. Hier wurden Schuhe entwendet. Vom Deichmann. Von Tourist Histories. Und das Haus wird auch nicht fertig gebaut. Na man könnte vielleicht wenigstens die Fenster... Habe ich Fensterscheiben dabei? Natürlich nicht. Sonst würde ich sogar da oben jetzt schnell Fensterscheiben rein platzieren. Schade. Schade. Jetzt sind wir am Spawn. Hier ist der Spawn. Den kennen wir. Ist irgendwas Neues am schwarzen Brett. Das kennen wir alle schon. Beziehungsweise ich kenne es schon. Oh. Doktor Med. E-Hirn. Doktor Medizin-Engineer-Hirn. E für Engineer? Ich weiß es nicht. E-N-G für Engineer. Bitte um ein kleines Limeball-Spende. Ich habe genau eins Limeball. Ich glaube das ist nicht viel. Naja. Keines Limeball. Da drinnen haben wir die Wahlkisten. Die habe ich glaube ich schon mal gezeigt. Schauen wir uns weiter um. Ach genau. Ich wollte eine Frage. Immer noch vom alten Hashtag. Ich benutze einfach die Fragen vom alten Hashtag. Bis. Bis sie ausgehen. Was haben wir denn hier? Ich habe den Hashtag mir sogar schon auf. Nein. Gemacht. Und an eine Stelle gescrollt. Wo einige Fragen waren. Jetzt habe ich. Aus Versehen. Automatisch hochgescrollt. Oh ne. Jetzt sind die ganzen Fragen weg. Äh. Ähm. Wir sind natürlich so gut vorbereitet. Das. Oh okay. Gut. Oh. Der Hashtag von Fahr zu. Wurde mal von irgendjemand anderem verwendet. 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 Fastet ihr? Nein. Das hatten wir glaube ich schon mal. Bist du der Echte? Nein. Nein. Ich bin ein Faker. Der Echte. Der ist schon seit Jahren tot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und. Äh. Wie seht ihr? Oh nein. Das hat mir schon. Wie geht's euch so? Ja. Geht. Oh. Beziehungsweise. Mir ist ja nicht da. Ich wollte die Folge schnell noch aufnehmen. Ich will ja heute Abend streamen. Deswegen darf die Folge auch nicht so lang werden. Deswegen sollte ich recht schnell noch irgendeine Frage finden. Äh. Spielt ihr ein Instrument? Ja. Ich hab mal Gitarre gespielt. Fünf Jahre lang. Dann hab ich irgendwann aufgehört. Ich weiß nicht warum. Ach. Weil ich so faul war. Wie. Wie alles. Äh. Was macht ihr gerade? Ich nehm grad auf. Wer hätte es gedacht? Was ist dein Lieblingstier? Äh. Katze. Auch wenn Katze irgendwie eine langweilige Antwort ist. Weil Katzen gibt's halt hier überall. Katzen sind süß und toll. Und Otter sind auch süß und toll. Und generell es gibt viele tolle Tiere. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ein, ein, ein Liebender. Was? Ein Liebender ist von dir gegangen. Verewige ihn hier. Oh Gott. Ist jemand gestorben? Hier liegt Flurmülchen. James und Lily Potter. Oh, der 3-Mongo-Truck muss da hin. Der New 3-Mongo-Truck XL. Ähm. Naturshop. Friedhof der lebenden Seelen. James und Lily Potter liegen hier. Ah, ich hab kein Schild dabei. Naja, craften wir in schnell eins. Wir haben ja, wir haben die Möglichkeiten dazu, legen wir kurz unsere Samen auf dem Friedhof ab. Und... Oh Gott. Machen uns ein Schild. Beziehungsweise drei Schilder. Ach, ich hatte Schilder. Ich dussel ich. Und er fängt schon an zu regen. Passende Stimmung für einen Friedhof. Aber er ruht gar nicht hier. Ich würde jetzt schreiben. Hier ruht... 3... Äh... New 3-Mongo-Truck-XL. Er passt nicht mal drauf. Warte. Truck. Hat man mit CK geschrieben, oder? Na gut. Hier kann der New 3-Mongo-Truck-XL nicht ruhen. Die Schilder sind zu klein. Kann nirgends ruhen mit Schild. Ich müsste zwei Schilder nebeneinander hängen. Aber dafür ist hier kein Platz. Ja gut. Der Friedhof ist nicht groß genug für den 3-Mongo-Truck-XL. Hier links wohnt immer noch Senalko und Zektus. Das kennen wir. Gibt's hier irgendwas? Oh, das sieht neu aus. Oder war das das von Wuschelchor und Honigball? Honeyball. Ja, war's. Das kennen wir auch schon. Oder habe ich das im Livestream gezeigt? Ich weiß es nicht. Er bringt das irgendwie durcheinander. Der Baum des Lebens hat sich aber ein bisschen weiter entwickelt. Was man jetzt während dem Regen natürlich perfekt sieht. Da ist mehr Grünzeug dran. Von innen sieht der Baum des Lebens auch richtig gut aus, finde ich. Von außen muss er noch werden. Aber wie gesagt, ich denke das wird noch. Hier von innen sieht's richtig cool. Und N-Tracy. N-Tracy? N-Tracy baut hier. Da wohnt er wohl. Ah, das bin ich rein. Wir können durchschielen. Guck mal, da sind ganz viele Hunde und Pferd. Ach, das sieht hübsch aus von innen. Doch, das gefällt mir. Ach ja. Ach ja. Ähm. Ich hätte gerne einen normalen Schlafrhythmus. Allerdings gehe ich... Naja. Momentan immer um... Doch, zwei Uhr. Zwei Uhr ist es mittlerweile. Ich will, ich will um null Uhr eigentlich immer schlafen gehen. Aber ich schaff's nie. Und dann bin ich immer so müde. Und dann schlafe ich manchmal, manche Tage einfach mittags. Um das irgendwie auszugleichen. Ach ja. Ich sollte besser schlafen. Gestern bin ich um vier schlafen gegangen. Das war auch nicht gut. Ach. Ein normaler Schlafrhythmus ist viel schöner. Da kann man den ganzen Tag mehr machen. Dann hat man viel mehr von dem Tag. Irgendwie... Nach null Uhr ist man nicht mehr in irgendeiner Weise... Macht man in irgendeiner Weise meistens nichts Sinnvolles mehr. Obwohl ich spiele gerade mit Wintercracker und O-Saft und Schlingel und Zombie. Eigentlich hauptsächlich mit Wintercracker der Zeit. Gestern zumindest. Dark Souls 2 noch mal durch. Diesmal mit Stärkewaffen das erste Mal. Ich hab Dark Souls 2 erst einmal durchgespielt. Als es rauskam. Aufm PC. Und wir sehen schon, wir haben den wunderschönen Shader dabei. Mit Beweglichkeitswaffen das erste Mal durchgespielt. Das ist im PvE nicht so einfach. Hatte ich zumindest das Gefühl. Und jetzt mit Stärkewaffen. Das ist schön einfach. Da hat man seinen Kolben und one-hitted alles. Naja. Das erste Mal habe ich mich durchgequält. Und das zweite Mal mit Stärkewaffen. Und dann schau ich mal, ob ich es noch ein drittes Mal mache. Wieder mit Beweglichkeitswaffen. Ich mag Beweglichkeitswaffen in Dark Souls 2. Die sind so schön zu spielen. Ich muss sagen, die Amenokirche gefällt mir nicht so. Ich weiß nicht. Dieser Turm ist komisch. Es geht einfach zwei Blöcke nach außen. Und zwar direkt. Es geht, oder? Sind es zwei Blöcke? Ja. Es geht direkt zwei Blöcke nach außen. Und es sieht einfach merkwürdig aus. Als wäre es so drauf geklatscht. Es ist echt groß. Aber ich mag diesen vorderen Turm nicht. Aber sie wird anscheinend auch gerade umgebaut. Weil hier hinten ist offen. Ach Gott. Dann bin ich mal gespannt, was da umgebaut wird. Schade, schade. Hallo. Der ist auch einer der Neuen auf dem Server. Glaube ich. Habe ich mich gerade verlesen. Die Namen kann man nicht so gut lesen mit diesem Shader. Okay. Äh. Noch eine Frage. Was? Wem gehört? Warte. Die habe ich vorhin gesehen. Ich habe sie noch im Kopf. Ich habe sie noch im Kopf. Äh. Wessen Haus wir am schönsten finden. Also ich am schönsten finde in Minecraft Leben. Oh. Concraft hat ein bisschen was umgebaut. Äh. Und da muss ich tatsächlich sagen. Hier zum Beispiel die Liebesgilde von Reh. Wir sind gerade da. Sieht echt cool aus. Muss man sagen. Also die gefällt mir wirklich gut. Jetzt im Regen sieht man sie nicht so schön. Aber. Von dem Aufbau und der Struktur gefällt es mir sehr gut. Und welches Haus natürlich noch richtig schön ist. Meiner Meinung nach. Ist das von George's History. Es ist ein Haus. Aber es ist so. Hat so viele schöne Kleinigkeiten. Das gefällt mir richtig gut. Ich meine schaut es euch an. Das ist ein Haus. Das ist schön. Doch. Das ist echt hübsch. Hier mit diesen Löchern noch mit in der Wand. Und. Ach den Zäunen. Das ist echt richtig schön gebaut. Das ist mein Lieblingshaus. In. Doch. Das ist das Lieblingshaus von mir. In. Äh. Minecraft Leben. Ähm. Glaube ich. Ich kenn nicht alle Häuser gut genug. Um das sagen zu können. Ach genau. Und noch ne Sache. Das sieht man jetzt wegen dem. Wegen dem Regen auch wieder nicht. Das ist ärgerlich. Hier. Toastisories hat. Man muss halt einfach sagen. Manus. Zitadelle. Der Zeit. Sieht von der Seite. Echt. Nicht gut aus. Genauso von hinten. Er hat auch gemeint. Weil die halt einfach so aussieht. In dem Spiel. Ah guck mal. Ein Babyzombie. Oh. Das hat von mir getanzt. Und ich hab's geschlagen. Das hat mich nicht mal angegriffen. Er hat's halt aus dem Spiel nachgebaut. Und dann sah das halt von hinten echt nicht. Und von der Seite echt nicht gut aus. Ne. Egal. Jetzt hat sie sich hier einen Sonnenaufgang. Oder Untergang. Äh. Hingepixelt. Graffiti dran geschmiert. Ne. Das sieht so aus. Also das hab ich schon auf Twitter gesehen. Heute Morgen. Das sieht so aus. Ne. Es steht vorne dran. Es ist kein Graffiti dran. Es ist ein Plakat vorne dran. Pixelart sind ja. Sollte man glaube ich eigentlich nicht reinbauen. Aber ich denke das ist okay. Das ist okay. So. Dann. Wie lange nehmen wir schon auf? Oh. Schon 14 Minuten. Ich will ja heute Abend noch streamen. Deswegen muss ich das langsam in den Upload schmeißen. Dann würde ich sagen mach mir noch eine Frage. Such ich eine schnell raus. Das kann mal wieder bisschen dauern. Äh. Äh. Wann habt ihr zuerst von YouTube erfahren? Äh. Äh. Nein. Da hab ich eine andere Frage gesehen. Wie seid ihr auf YouTube gekommen? Das war jetzt wieder mit Let's Plays verbunden. Aber mit Let's Plays verbunden. Wie seid ihr zu Let's Plays gekommen? Das haben wir ja schon öfters beantwortet. Beziehungsweise ich auch. Deswegen. Wie seid ihr zu YouTube gekommen? YouTube war damals einfach. Ja. Es war eine Videoplattform. Genauso wie Google Video. Damals gab's Google Video. Bevor Google YouTube aufgekauft hat. Was gab's noch? Es gab MyVideo. Es gab Clipfish. Gab's Clipfish damals? Ja. Clipfish war glaube ich auch einer der ersten. Und Google... YouTube war halt einfach einer der Mit-Plattformen. Ich muss sagen. Ganz am Anfang fand ich Google Video war besser als YouTube. Weil das einfach... Ja. Es hat schneller geladen. YouTube am Anfang. Also ganz am Anfang überhaupt nicht geladen. Und da hat man einfach halt. So kleine. Lustige. In Anführungsstrichen. Lustige Clips als gesehen. So. Ja. Die man irgendwie mal durch Langeweile angeguckt hat. Und ja. Wie zum Beispiel hier. Hier ist das Video. Crazy Drum Kid oder sowas. Und dann hat sich irgendwann YouTube halt abgesetzt. von der Nutzerschaft. Es wurde auch immer schön weiterentwickelt. Naja. Eigentlich. YouTube ist so richtig groß geworden. Durch die... Doch. Ich weiß gar nicht. Warum ist YouTube so groß geworden und jetzt nicht? Clipfish. Naja. Ich weiß nicht. YouTube. Was war bei YouTube? Es hat halt auch relativ schnell geladen. Muss man sagen. Ich weiß nicht. Clipfish. Und es hatte halt diese... Hat es schon diese Einstellung? Ja. Es hatte recht früh diese Einstellungen. Möglichkeiten von den Qualitäten her. Doch es hatte es glaube ich sogar fast von Anfang an. Also hatte es die meisten Tools und man konnte halt recht leicht hochladen. Und ja. Dann kamen irgendwann die ersten größeren YouTube... äh... Videoproduzenten... Nein. Das kann man nicht Videoproduzenten nennen. Einfach so kleinere Personen, die halt was auf YouTube hochgeladen haben. Und durch diese Leute ist man dann auf YouTube geblieben. Man ist dann... Hat sich so auf eine YouTube-Plattform spezialisiert. Weil dann zum Beispiel halt Coldmirror kam. Und Coldmirror hat auf YouTube Videos gemacht. Und dann... War man halt auf YouTube und ist da dann irgendwie geblieben. Muss sagen Coldmirror ist immer noch einer... Der YouTuberer. Also Coldmirror war der erste größere YouTuber. Das muss man einfach sagen. Ihren Harry Potter Syncros und alles. Und den ganzen Videos. Die anderen waren auch alle super. Und ich muss auch sagen, momentan ist er immer noch... In meinen Augen einer der besten... Also mir ist ein paar... Also besten YouTuber. In meinen Augen. Die macht abwechslungsreichen Content und alles. Ich finde sie toll. Super YouTuber. Doch, gefällt mir. Naja, egal. Da habe ich mich ein bisschen verhaspelt bei der letzten Frage. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir vielleicht irgendwas spannendes. Mal schauen. Tschüss.